Herzlich willkommen zum Wochenausklang mit unserem Marktblick, mit dem Blick auf die US-Märkte, insbesondere auf die aktuellen Wirtschaftszahlen, die 14.30 Uhr über die Ticker kommen. Mein Name ist Andreas Bernstein. Roland Jegen wird auch gleich mit dabei sein und wir starten erst mal mit dem Intro und dem Risikohinweis. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag zusammen. Was für eine bewegte Woche. Wir haben mal wieder Allzeithochs und diesmal auch beim DAX. Da kann man sich doch wirklich mal freuen als deutsche Anleger, oder? Ja, das auf jeden Fall. Die nächste neue Bestmarke im DAX, nachdem wir gestern schon eine gesehen haben, hat sich das heute noch mal fortgesetzt. Also eine Stärke, die es über die letzten drei Handelstage im DAX glanzklar zu erkennen war. In den US-Märkten haben wir einen kleinen Rücksetzer gesehen während der Woche nach den CPI-Daten. Der Markt hat sich seitdem schon wieder erholt. Von daher warten wir heute gespannt auf die nächsten wichtigen Wirtschaftsdaten. Ja, und das riecht so ein bisschen nach Beise-Dipp, denn auch der S&P hat gestern ganz minimal, aber einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis hier eingereicht. Ja, ganz genau. Also die Stärke ist weiterhin vorhanden, auch in den US-Märkten. Auch wenn man da etwas zurückkam, zunächst hat man jetzt schon wieder die Hochs erreicht, beziehungsweise in Reichweite dann auch beim Nasdaq und beim Dow Jones. Und ja, es kamen auch einige wichtige Quartalszahlen noch in dieser Woche raus. Auch diese möchten wir dann im zweiten Teil der Sendung hier noch näher beleuchten. Ja, insbesondere welche, die für Volatilität sorgten. Also der Markt ist fast schon euphorisch. Der Peer- und Creed-Index, den ich immer mal gerne beobachte, der ist wieder in extremer Gier angekommen. Seit Wochen hangelt er sich zwischen hoher Gier und extremer Gier hin und her. Da fragt man sich natürlich so übergeordnet, wie lange kann das gut gehen? Ja, das ist die große Frage. Der KI-Hype kennt keine Grenzen. Und ja, angetrieben von diesem Hype steigen natürlich viele Aktien, die mit diesem Thema zu tun haben. Manchmal auch nur im entferntesten Sinne. Und diese treiben diese Rallye ganz klar voran. Noch ist kein Ende in Sicht. Das Ende kommt vermutlich genau dann, wenn keiner damit rechnet. Ja, bevor die KI hier die Regie übernimmt, lass uns gleich mal rüberschalten zum Risikohinweis. Und dann haben wir hier auch am Ende genau das Bild, was wir brauchen, um auf die aktuellen Märkte einzugehen. Du hast da schon ein bisschen was vorbereitet. Genau, starten wir gerne hier auch mit dem DAX, dem DAX Future, der hier auch ein neues Allzeithoch markiert hat. Man sieht es noch besser fast im Kassachart. Das heißt, wenn wir das CFD als zweites hier mit reinnehmen, da sieht man, dass wir diese Konsolidierungsrange, die wir ausgebildet haben über die letzten Wochen, jetzt letztendlich gestern, dann auch deutlich gebrochen haben. Das Ganze hat sich heute fortgesetzt mit neuen Allzeithochs auch in der Kasse im Bereich von knapp 17.200. Die haben wir nicht ganz erreicht. Wenige Punkte darunter sind wir letztendlich gescheitert. Aber eine ganz starke Aufwärtsbewegung mit den neuen Hochs jetzt entsprechend hier auf der Oberseite. Wenn man dann in die kleineren Zeiteinheiten reingeht, sieht man, dass auf Wochenbasis zunächst der Markt ja Schwäche gezeigt hat. Man hat sogar am Dienstag, am späten Dienstagabend einen Ausbruch auf der Unterseite versucht, unter die Tiefs, die wir in der vorletzten Woche und auch in der letzten Woche gesehen haben. Und der Markt hat aber nicht lange in diesem Bereich von ca. 16.850 bis 16.900 hier im Future gehandelt, sondern hat sich am Mittwoch dann wieder direkt erholt, ist in die Range zurückgelaufen und dann letztendlich jetzt gestern auch aus dieser Range auf der Oberseite hier ausgebrochen. Und ja, die Stärke sieht man ganz klar dann auch in den kleinen Zeiteinheiten. Wenn man nun mal die Kassahandelszeiten hier vielleicht mit hinzunimmt, das ist der andere Chart, dann sieht man, dass natürlich auch das ein oder andere Gap jetzt hier ausgebildet worden ist auf der Oberseite, sowohl von Mittwoch auf Donnerstag als auch jetzt von Donnerstag auf Freitag. Und diese Gaps wurden bisher nicht geschlossen, was ja auch immer ein Indiz dafür ist, dass der Markt enorm stark ist. Und dieses enorm stark, das kann man auch an der Trendlinie festmachen. Schon ab Anfang November hatte der DAX ja hier schon seine Stärke gezeigt, ist dann in eine Seitwärtsphase übergetreten. Aber wenn man ab Mitte November diesen Aufwärtstrend einzeichnet mit den Tiefs vom Dienstag, so könnte man das auch noch weiter nach oben oder genau, nimmst du entweder ab da oder ab den absoluten Tiefpunkt, ist fast egal, wenn man das Dienstagstief mit reinnimmt als Trendlinie, könnte man davon ausgehen, dass der sauber weiterläuft. Das hier ist jetzt der Future, von daher haben wir leicht abweichende Kurse. Im Kassachat sieht es etwas minimal anders aus, aber auf jeden Fall der Aufwärtstrend ganz klar intakt und gipfelt daher jetzt auch folgerichtig in den neuen Hochs. Und da darf man sich wahrscheinlich auch nicht verrückt machen lassen von den ganzen Nachrichten, die über die Presseagenturen veröffentlicht werden, zum Beispiel, dass das Wirtschaftswachstum nicht mehr so hoch sein soll, dass wir uns in einem Szenario von vielleicht Rezession befinden. Also die Börse ist davon scheinbar losgelöst. Ja, das auf jeden Fall. Also negative. Die News werden zumindest jetzt nicht negativ aufgenommen. Es gibt auch natürlich nicht nur gute News, sowohl bei den Wirtschaftsdaten, auch bei anderen Daten, die über die Ticker kommen. Aber der Markt ignoriert die so ein Stück weit aktuell. Und bei guten News reagiert er überproportional positiv, könnte man sagen. Und bei negativen News wird das so ein Stück weit ausgeblendet. Ja, also das werden wir natürlich nicht überall ausblenden können, wenn wir uns heute mal ausnahmsweise den Bundfuture anschauen. Den hatten wir länger nicht im Repertoire. Das ist ja so eine synthetische zehnjährige Staatsanleihe aus Deutschland, die dann im Grunde genommen nochmal eine Alternative bietet zum Aktienmarkt. Okay, als nächstes schauen wir uns den Bundfuture an, der entsprechend hier zurückgekommen ist von den Hochs, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Und auch knapp davor ist hier ein neues Jahrestief auszubilden. Also die Anleihen zeigen ganz klar Schwäche, was ein Indiz dafür ist, dass die Zinsen noch weiter auf hohem Niveau stagnieren könnten. Das haben wir ja auch in den USA gesehen, dass zwischenzeitlich schon mal sieben Zinssenkungen eingepreist waren für dieses Jahr. Und davon ist man weit entfernt, wenn wir die Daten einmal mit reinnehmen hier als nächstes. Da sieht man ja, dass es aktuell nur noch 1, 2, 3, 4, 5 potenzielle Zinssenkungen sind, beziehungsweise die fünfte liegt hier schon im Jahr 2025. Also vier für dieses Jahr und dann aktuell hier eine fürs nächste Jahr. Also da ist man sehr weit von der Euphorie der schnellen Schritte zurückgekommen und wird vermutlich erst die erste Zinssenkung hier im Juni diesen Jahres sehen. Ja, zwischenzeitlich haben wir schon mal eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit im März gesehen und im Mai war es so gut wie sicher. Mittlerweile hat sich das Bild hier doch ganz klar gewandelt. Auch die US-Anleihen sind angestiegen, gerade aktuell auf ein neues Tageshoch. Die zweijährigen 5,5 Basispunkte nach oben, die zehnjährigen 4,3 Basispunkte. Also vielleicht geht man da auch ein bisschen in Deckung und erwartet eine Korrektur am Aktienmarkt. Ja, das könnte durchaus sein. Man erwartet eine gewisse Korrektur, aber die hat man bis dato in der Tat nicht gesehen. Mal schauen, welche News vielleicht dafür sorgt, dass der Markt doch mal einen größeren Rücksetzer zeigt als vielleicht nur für ein, zwei Tage. Ja, schauen wir uns den Nestec als erstes an, denn ein, zwei Tage ist das Stichwort, was wir hier bei einer Korrektur hatten. Zum Wochenstart noch die 18.000 Intraday überschritten, trotzdem den Montag im Minus geschlossen der Nestec. Am Dienstag gab es dann eben, wie du eingangs sagtest, nach den Verbraucherpreisen den herben Rückschlag und danach ja wieder die Aufholjagd. Jetzt stehen wir per Schlusskurs gestern wieder genau auf dem Level, wo wir Montagabend geschlossen hatten. Genau, nur ein Stück weit entfernt von den Allzeithochs, die wir entsprechend gesehen haben. Ja, der Markt kam stark zurück, aber hat sich sehr, sehr schön davon erholt entsprechend und nähert sich so langsam wieder der 18.000er-Markt hier im Future. Da sind wir nur noch wenige Punkte von entfernt entsprechend. Also der Aufwärtstrend ganz klar intakt und ja, da können auch so zwei negative Handelstage nicht dafür sorgen, dass der Trend hier gebrochen wird. Ja, das möchte ich meinen. Und auch da kann man einen Aufwärtstrend ab Anfang November einzeichnen, also noch ein kleines bisschen zusammengeschoben den Chart. Dann sieht man das Level quasi 27. Oktober, glaube ich, ging es los. Und auch den kurzfristigen hat man hier. Der ist nicht in Gefahr. Der ist in der Tat nicht in Gefahr, sondern ein sehr sauberer Aufwärtstrend. Jeder kleinste Rücksetzer wurde hier zuletzt immer wieder gekauft. Ja, gehen wir, es ist 14.29 Uhr, gern direkt auf den S&P 500, der gestern, wie eingangs gesagt, ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis, nicht Intraday, aber auf Schlusskursbasis gezeigt hat. Und dann erwarten wir in den kommenden 40 Sekunden auch die Wirtschaftsdaten, die Erzeugerpreise. Nachdem die Verbraucherpreise schon zeigten, dass die Inflation doch mehr ein Thema ist, als man erwartete, gehe ich persönlich davon aus, dass das bei den Erzeugerpreisen auch so sein wird. Ja, könnte man meinen. Von daher mal schauen, ob unsere Vermutung da bestätigt wird. Der Markt hat sich auch sehr, sehr schön erholt von dem Rücksetzer, den wir nach den CPI-Daten hier gesehen haben. Am Dienstag nähert sich so langsam den Hochstil, die wir hier auch am Montag ausgebildet haben im frühen Handel. Und davon ist man nur wenige Punkte entfernt. Sehr viel Volumen wurde bisher ausgebildet im Bereich von 5.042 Punkte hier in etwa im Future, also auf hohem Niveau im oberen Drittel auch der Wochenrange. Und die erste Reaktion fällt hier erst einmal negativ aus. Man sieht jetzt einen kleinen Rücksetzer von knapp 10 Punkten hier im S&P von ca. 5.052 bis in den Bereich von 5.042. Also ein kleiner Rücksetzer. Und liegen dir die Daten schon vor, Andreas? Ich lade sie gerade rein, habe aber die DAX-Daten vorliegen, 17.120. Und das ist dann fast ein neues Xetra-Tagestief. Der Nasdaq kommt auch unter Druck, ist aber noch nicht an der Welle, wo er gestern den Handel geschlossen hat. Doch, jetzt ist er genau dran. Und da bin ich gespannt, ob die Reaktion auch wieder ein Beise-Dip verursacht oder nicht. Ähnlich sah es am Dienstag auch aus, um 14.31 Uhr. Genau, da war die erste Reaktion auch negativ, etwas negativer als jetzt. Also man sieht die großen Kerzen hier ansprechend um 14.30 Uhr am Dienstag. Die aktuelle Kerze doch wesentlich kleiner als die Reaktion am Dienstag, aber auf jeden Fall in die gleiche Richtung hier gerichtet. Kommt noch nicht über meine Ticker zumindest rein, aber auch beim Dow Jones ging es nach unten. Wenn wir uns den vielleicht als nächstes anschauen, da sind die Rückläufer ja sogar bis an die 38.000 rangegangen am Dienstag. Und das war der größte Verlusttag seit dem März 2023. Also da sieht man erst mal, dass der Markt das gar nicht mehr gewöhnt war, so stark abzuverkaufen. Genau, das war in der Tat nicht mehr gewöhnt. Also eine sehr starke Abverkauf am Dienstag, aber fast genauso eine starke Erholung dann im Verlauf des Mittwochs und des Donnerstags, sodass man ja ziemlich nah hier auch an die Dienstagshochs wieder herangelaufen ist. Aber jetzt der Markt auch hier mit der ersten negativen Reaktion, die PPI-Daten Manns over Manns, 0,3 Prozent erwartet wurden, 0,1 Prozent. Und die Kernrate Core PPI liegt bei 0,5 Prozent, während in diesem Bereich auch nur 0,1 Prozent erwartet worden sind. Also hatte unsere Einschätzung hier richtig gelegen. Gehandelt haben wir es nicht, wir kommentieren das Ganze ja. Ganz genau, aber von daher fast wie aus dem Lehrbuch dann auch die Reaktion hier auf der Unterseite. Das stimmt. Wenn ich auch nochmal das Lehrbuch bemühe, da steht drin, dass in den letzten 15 Wochen und 14 Wochen davon der S&P mit einem Plus aus der Woche gegangen ist. So wie es aktuell aussieht, könnte er es dann in der 15. auch schaffen. Und das wäre der längste Bullenmarkt seit 1972. Ja, das ist schon in der Tat extrem lange her, seit wir so eine Stärke über wirklich einen langen Zeitraum von vielen, vielen Wochen gesehen haben. Also das kommt in der Tat nicht jedes Jahr vor. Sehr häufig legt der Markt dann doch noch eine längere Pause ein oder kommt stärker zurück. Aber dass man wirklich fast wöchentlich hier neue hoch sieht und dann sogar Rekordhochs, das sieht man in der Tat nicht alle Tage. Das liegt, wie du eingangs gesagt hast, auch an bestimmten Aktiensegmenten oder bestimmten Einzelaktien. Da würde ich gerne mit der NVIDIA anfangen. Ganz ungewöhnliches Bild gestern im Minus, aber ansonsten auch an den schwachen Tagen wie dem Dienstag. Nur minimal im Minus, da geht die Rally fast ungebremst weiter. Genau, die können wir uns jetzt gleich hier als erstes anschauen. Die NVIDIA wirklich extrem stark hier auch in den letzten Handelstagen wieder gewesen. Eine kurze Verschnaufpause eingelegt entsprechend nach den CPI-Daten, aber jetzt auch schon wieder an die Allzeithochs bis auf wenige Dollar hier herangelaufen. Die wurden ja bei 746 Dollar ausgebildet. Jetzt liegt man vorbörslich knapp unter der 740-Dollar-Marke. Von daher, ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir heute hier auch in der NVIDIA vielleicht sogar die runde Marke von 750 Dollar knacken könnten. Ja, welche Aktie noch besser gelaufen ist als die NVIDIA, das ist die super Mikro-Trend. Da scheiden sich ja die Geister, ob man da tatsächlich jetzt schon eine Short-Position aufbauen kann oder ob das Momentum uns erschlägt, denn die Aktie ist tatsächlich seit Mitte Januar um die 300 US-Dollar jetzt auf über 1.000 sogar geklettert. Über 1.000, also the sky is the limit. Das ist nach dem Ausbruch, den wir hier gesehen haben, Mitte Januar, fast jeden Tag neue Rekord-Tours. Und ja, das sieht wirklich fast mehr als parabolisch aus, könnte man sagen. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Da könnte der Markt auch schlagartig mal von einem Tag auf den anderen stark zurückkommen. Aber aktuell ist es nicht der Fall. Man sieht fast jeden Tag sogar einen Gap auf der Oberseite. Und das wird auch heute hier vorbörslich entsprechend nochmal getoppt mit den Hochs deutlich über der 1.000-Dollar-Marke. Wahnsinn. Und da ist natürlich auch schwierig, auf steigende Kurse weiter zu spekulieren. Also selbst wer bei so einer Fahnenstange sagt, das kann noch weitergehen, das ist ein Short-Squeeze, den die Welt sonst noch nie gesehen hat. Ich übertreibe jetzt mal. Wo soll man denn da die Stops setzen? Also bei so einer Aktie würde ich auch eher empfehlen, das Ganze nur Intraday zu handeln. Vielleicht im kleinen Zeitfenster, im Fünf-Minuten-Chart. Und da sieht man, dass sehr häufig der Trend sehr klar ist. Da kann man die Stops auch meiner Meinung nach dann Intraday relativ eng platzieren. Aber bei solch einer Aktie wäre es sehr vorsichtig, die über Nacht zu halten, aufgrund der großen Gap-Gefahr, sondern eher ein spekulatives Gap-Intraday. Vielleicht sogar mit einem kleinen Hebel dann handeln über Freestalks kommissionsfrei. Aber abends würde ich dann die Position auch stark reduzieren oder sogar klatschstellen, um hier ruhig schlafen zu können. Ja, danke für den Risikohinweis. Wir hatten noch weitere Werte. Die Quartalszahlen meldeten dieser Woche. In der Applied Materials, gestern Abend erst gemeldet, die Aktie auch zweistellig nachbörslich im Plus. Und wenn man sich da den Chart anschaut, dann ist auch mit einem Gap ein neues Allzeithor erzielt worden. Ganz genau. Großes Gap auf der Oberseite jetzt hier entsprechend vorbörslich. Deutlich über die 200-Dollar-Marke. Die wurde ja bisher nicht geknackt. Und vorbörslich lag man jetzt schon im Bereich von 212 Dollar. Kommt jetzt etwas zurück. Aber man wird zur Kasseröffnung hier ein großes Gap auf der Oberseite sehen. Also die Stärke ist ganz klar hier vorhanden, auch in der Applied Materials. Ein sehr lupenreiner Aufwärtstrend, der jetzt folgerichtig hier auch in neuen Allzeithochs gipfelt. Was hatten wir noch? Und da kommt man nicht drum herum um das Thema Bitcoin. Und zwar die Coinbase. Das ist ja die einzigste Kryptobörse, die an einer Börse notiert ist. Der Rücksetzer, der war schon ziemlich heftig vor den Quartalszahlen. Wurde das Ganze aber aufgeholt. Und jetzt sind wir wieder am Jahreshoch. Am Jahreshoch. Also wir hatten über diesen Unterstützungsbereich hier schon gesprochen in der letzten Woche. Der fast punktgenau angelaufen wurde. Das waren die Hochs, die wir im Sommer des letzten Jahres gesehen haben. Und fast gleichbedeutend hier mit dem 100-Tage-Durchschnitt. Die gleitenden Durchschnitte alle aufwärtsgerichtet signalisieren also ganz klar weiterhin den Aufwärtstrend. Und so ist man schon in den letzten Tagen stark angesprochen. Und jetzt nach den Zahlen hier auch das große Gap mit den neuen Jahreshochs. Also die Stärke ist hier ganz klar weiterhin vorhanden in der Coinbase. Vielleicht können wir da parallel auch nochmal den Bitcoin aufrufen. Denn der hat die 50.000 überschritten, sogar die 52.000. Wir haben hier den Bitcoin Micro-Future. Genau, Micro-Bitcoin-Future. Da können wir gerne drauf schauen. Da sind wir aktuell im Februarkontrakt hier auch. Und da sieht man auch seit dem Rücksetzer im Januar, als wir ja kurzzeitig auch mal unter diese 41.000-Dollar-Marke zurückgefallen sind, wurde dieser wichtige Bereich doch sehr zügig zurückerobert. Und seitdem auch fast täglich hier eine positive Bewegung zu sehen. Fast nur grüne Kerzen. Dann im Verlauf dieser Woche auch die neuen Jahreshochs. Und da haben wir mehrere gesehen dann im Verlauf dieser Woche, auch im gestrigen Handelstag. Jetzt konnte sich der Markt wirklich hier auch über der 50.000-Dollar-Marke etablieren und kann diese Marke auch sehr, sehr gut halten. Jetzt aktuell 52.500 stehen hier zu Buche. Also auch wirklich die Stärke ist ganz klar weiter vorhanden in den Risikoklassen, so auch im Bitcoin. Und ja, das spiegelt sich da nicht nur im Bitcoin, sondern auch in den Aktien wieder, die mit Kryptowährungen im weitesten Sinne zu tun haben. Weißt du noch, was mit den ersten Bitcoins gekauft wurde als reales Gut? In der Tat nicht, nein. Damals, Pizza, tatsächlich. Da hat jemand eine Pizza gekauft. Warum nicht? Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, 10.000 Bitcoins, eine Pizza oder so. Ich habe es nicht in Erinnerung. Wahnsinn. Damit sind wir bei DoorDash. Das ist ja auch letzten Endes ein Pizza- und Nahrungsmittellieferant aus den USA. Der hat gestern auch Zahlen gemeldet, war vorbörslich oder vor den Zahlen schon leicht schwächer. Und nach den Zahlen ging es auch noch mal ein kleines Stück nach unten. Aber trotzdem, man verdient kein großes Geld als Essenslieferant. Das ist international schon bekannt. Aber die Fantasie ist eben im Markt, dass man es irgendwann tut. Genau. Und die Aktie ist auch in einem schönen Aufwärtstrend schon seit vielen, vielen Monaten. Also seit dieser Turnaround hier auch letztendlich im Frühjahr, im April 2023 gelungen ist, ist man in einen schönen Aufwärtstrend übergegangen. Zuletzt hier noch mal Anfang Januar ein Rücksetzer zum 50-Tage-Durchschnitt und seitdem wirklich eine sehr, sehr starke dynamische Bewegung auf der Oberseite. Jetzt hier mit den Hochs im Bereich von 125 Dollar. Jetzt kommt man etwas zurück nach den Zahlen, aber ich denke, eine kleine Verschnaufpause kann der Aktie durchaus nur gut tun. Ja, der nächste wichtige Unterstützungsbereich liegt hier in Form des 50-Tage-Durchschnitts und dieser horizontalen Unterstützung bei ca. 105 Dollar. Ja, falls die Aktie ein bisschen diesen Bereich korrigiert. Es kann natürlich sein, dass schon früher das Kaufinteresse aufkommt. Und ja, dann kann man hier auch schon vielleicht nach höheren Kurszielen Ausschau halten. Also die Aktie quotierte jetzt nicht im Bereich der Allzeithoß, also die hat ja schon wesentlich höher quotiert, deutlich über 250 Dollar. Damals Ende 2021 kam sehr, sehr stark zurück im Jahr 2022. Und ja, hier sieht man auch als potenzielles Ziel auf der Oberseite dieser Korrekturbereiche bei ca. 130 Dollar. Der könnte vielleicht noch kurz bis mittelfristig hier erreicht werden. 2,3 Milliarden Umsatz und trotzdem die Verluste ausgeweitet, und zwar 39 US-Dollar Cent minus je Aktie und erwartet worden nur 13 US-Dollar Cent. Also man entfernt sich von Break-Even-Point, dass die Aktie Geld verdient oder die Firma weiter. Trotzdem, dafür steht der Kurs ja noch gut. Dafür steht der Kurs in der Tat sehr, sehr gut. Von daher, die Investoren werden sicherlich in den nächsten Quartalen da auch mehr erwarten. Aber aktuell werden diese doch durchwachsende Zahlen in der Tat eher positiv interpretiert. Wer auch hier an der Börse mit starker Volatilität auffiel, war Lyft. Also nicht der Lyft, der uns von der Garage ins Penthouse bringt, sondern mit Y, der Uber-Konkurrent. Da ist nach den Zahlen durchaus eine Korrektur angesagt, würde ich mal sagen. Ja, schauen wir uns hier auch als nächstes an. Die ist in der Tat sehr stark angesprungen nach den Zahlen mit dem großen Gap und das hat sich dann auch am gestrigen Handelstag fortgesetzt. Hier mit den neuen Jahreshochs auch im Bereich von 19, 19,5 Dollar. Ja, das ist durchaus ein Bereich, wo man auch Gewinnmitnahmen einkalkulieren muss. Die Hochs, die wir auch im Februar des letzten Jahres hier gesehen haben, bei ca. 18,5 bis 19 Dollar. Jetzt muss man schauen, ob da wirklich auch Gewinnmitnahmen einsetzen nach diesem sprunghaften Anstieg und dann vielleicht nach einem Rücksetzer hier der erneute Ausbruch auf der Oberseite anstehen könnte. Also durchaus eine interessante Aktie hier auch tendenziell für die nächsten Wochen. Aber ich denke, nach diesem sprunghaften Anstieg ist zumindest eine Seitwärtskonsolidierung angesagt, wenn nicht auch ein gewisser Rücksetzer. Die vormaligen Hochs aus diesem Jahr oder aus dem Ende des letzten Jahres im Bereich von 15,8 bis 16 Dollar könnten hier eine Unterstützung bieten, falls die Korrektur bis in diesen Bereich hier auch läuft. Da verdient man mittlerweile Geld 66,4 Millionen Dollar. Immerhin, ja, 10 Millionen mehr als vorab prognostiziert. Und dieser große Kursanstieg, der zeitweise bis 60 Prozent nachbürstlich ging, wo man sich fragte, warum, wegen 10 Millionen mehr, war auf Basis einer falschen Pressemitteilung des Unternehmens, die SEC ermittelt übrigens schon, geschehen. Denn man hatte vermeldet, die EBDA-Marsche kann um 500 Basispunkte gesteigert werden und dann, ups, sorry, nur 50, nicht 500. Ja, das ist schon ein großer Unterschied entsprechend. Von daher muss man schauen, ob die Aktie das hier ähnlich jetzt auffasst und da auch korrigiert, genauso wie diese News dann auch korrigiert werden musste. Genau, da bin ich wirklich gespannt. Aber der große Konkurrent Uber, der läuft meines Erachtens noch besser und das ist ja auch der Platzwirsch. Und man sollte es oftmals, wenn man in eine Branche investiert, so halten, dass man auch den Marktführer kauft. Schauen wir dir mal den Chart an. Ja, sehr, sehr starker Aufwärtstrend hier auch in der Uber schon seit vielen, vielen Monaten entsprechend. Und die Aktie ist auch kürzlich nochmal hier sprunghaft entsprechend angesprungen über die 72-Dollar-Marke, also über die vorherigen Hochs, jetzt im Bereich von ca. 80 Dollar. Wirkt auch jetzt kurzfristig etwas überhitzt. Also hier würde der Aktie sicherlich auch eine gewisse Korrektur guttun, ein gewisser Rücksetzer. Da sollte man eher Gewinnmitnahmen in diesem Bereich hier vielleicht auch einplanen. Auf keinen Fall, denke ich, ein Einstieg auf diesen hohen Niveaus. Aber ein gewisser Rücksetzer kann hier, denke ich, auch weiterhin genutzt werden, um in der Uber-Aktie hier vielleicht trendfolgend sich zu positionieren. Auch dazu vielleicht von mir noch ein Lifehack. In diesem Frühjahr soll in Deutschland ein Projekt starten zwischen Mediamarkt und Saturn. Die gehören ja zusammen, wer es noch nicht wusste. Und Uber. Und zwar binnen 90 Minuten bekommt man die Ware geliefert, wenn der Uber zufällig in dieselbe Richtung fährt. Also wer mal irgendwie ein USB-Kabel oder irgendwas vermisst, mal schnell bei Uber anrufen, das Ding bestellen und Mediamarkt bringt es vorbei oder andersrum. Da darf man gespannt sein, wie das angenommen wird und ob es dann wirklich so gut funktioniert und das Versprechen hier eingehalten werden kann und da wirklich in kürzester Zeit dann auch das Produkt geliefert wird. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte, eine spannende Kooperation. Und ja, die könnte durchaus dann das Unternehmen hier auch beflügeln. Genau. Im Chat steht hier schon, für eine Waschmaschine ist das billiger, als sie liefern zu lassen. Naja. So können wir das mal in Angriff nehmen. Was gab es noch an Quartalszahlen, die durch die Decke gingen? Ein Unternehmen habe ich da noch rausgekehrt. The Trade Desk, auch mitten im Gap und dann ein Allzeithoch. Ja, gestern Abend kamen die Zahlen, bloß 19 Prozent. Die Reaktion, Wahnsinn. Ja, auch extrem starke Reaktion nach den Zahlen und damit ist man fast hier auch in dem Bereich der vormeigen Hochs entsprechend hier angesprungen. Also die Bereich von ca. 91 bis 92 Dollar hat im letzten Jahr die Aktie so ein bisschen begrenzt und gedeckelt auf der Oberseite. Ja, diese Hochs könnten vielleicht im Verlauf des heutigen Tages hier angelaufen werden und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das zumindest ein kurzfristiges Widerstandsniveau hier auch darstellen könnte. Falls die Aktie korrigiert, die 80-Dollar-Marke beziehungsweise knapp darunter ist ein wichtiger Unterstützungsbereich jetzt auch nachdem die Aktie so stark angesprungen ist. Also falls es noch Korrektur gibt, könnte man spätestens im Bereich von 80 Dollar hier auch mit Kaufinteresse rechnen. Ja, sorry, war nicht Allzeithoch, war nur das Vorjahreshoch. Also was heißt nur, wenn man ein bisschen zusammenscrollt, das Allzeithoch, das ist in der Corona-Pandemie ausgebildet worden. Das wäre aber dann das nächste logische Ziel. Das wäre dann in der Tat ein nächstes Ziel. Auf der Oberseite sollte auch die 92-Dollar-Marke hier geknackt werden. Ist da nicht mit zu viel Widerstand zu rechnen bis in den Bereich von 100 Dollar und dann bis in den Bereich der Allzeithochs bei 114 Dollar. Ja, welche großen Werte hatten noch Zahlen gemeldet? Auf jeden Fall eine Cisco Systems. Da haben wir auch ausführlich auf dem FreeSox-Kanal drüber berichtet. Der große Netzwerkausrüster, der möchte ja auch mit NVIDIA zusammen die Infrastruktur revolutionieren und bietet neben den ganzen Switches und Kabeln und was es nicht alles noch technisch gibt, an haptischen Bauteilen auch mittlerweile Software an. Ja, das auf jeden Fall. Also man versucht erstmal Kosten einzusparen. Jetzt hat er auch Entlassungen angekündigt. Er will ca. 5% seiner Belegschaft entlassen, um einfach Kosten einzusparen. Aber man setzt hier ganz klar auch auf eine gewisse Umstrukturierung, auf das Thema KI. Sowohl natürlich, was die Kooperation mit NVIDIA betrifft, dass man da einfach seine Switches, seine Ethernet-Ports anbietet und das Ganze dann mit den bewährten KI-Prozessoren von NVIDIA bestückt. Aber es gibt ja auch andere Produkte, die man anbietet. Man hat Security-Software entsprechend entwickelt, die auch KI-tauglich ist entsprechend. Man hat Videokonferenz-Software, wo man auch das Thema KI aufgreift und viel, viel mehr. Also man setzt ganz klar auch auf dieses Thema und das könnte durchaus vielleicht in den nächsten Quartalen hier auch für neue Fantasie bei der Aktie sorgen. Aktuell ist sie weiterhin in einer großen Seitwärtskonsolidierungs-Range hier letztendlich auch gefangen, zwischen 46 Dollar auf der Unterseite, ca. 52 Dollar auf der Oberseite. kam jetzt erst mal zurück nach den Zahlen mit dem Gap auf der Unterseite, votiert aktuell ca. in der Mitte der Range. Von daher, hier sollte man abwarten. Aber über 52 Dollar ist das Potenzial da, dass hier auch Momentum auf der Oberseite entsteht nach einem Ausbruch. Aber aktuell sollte man vielleicht hier eher noch etwas abwarten. Ja, wo man vielleicht auch ein bisschen abwartete ist, wie geht es bei Tesla weiter? Tesla hat die 200 US-Dollar-Marke gestern wieder erreicht. Also ja, die Aktie ist noch nicht totgesagt, würde ich sagen, obwohl sie die letzten Unterstützung gebrochen hatte. Da kommt wieder ein bisschen Stärke jetzt rein. Da kommt ein bisschen Stärke rein. Also man ist ja unter diesem wichtigen Unterstützungsniveau auch erst mal nach unten ausgebrochen. Konnte aber jetzt hier dieses erste Niveau in Form der Tiefs hier auch aus dem Oktober zurückerobern. Also dieser Bereich schon ca. 195 Dollar. Hat jetzt die 200-Dollar-Marke vorbörslich hier auch zurückerobert. Ja, als nächstes die 210-Dollar-Marke. Jetzt muss man schauen, wie schnell es hier auf der Oberseite geht. Also die Aktie ist ja erst mal in einen Abwärtstrend hier übergegangen. Jetzt muss man schauen, ob dieser Rücksetzer wieder abverkauft wird oder ob man hier nach und nach sich auch zurückhangeln kann auf der Oberseite. Ja, eine gewisse Stärke ist da, aber ich wäre hier auch aktuell noch eher vorsichtig, da auch sowohl der 50- und der 100-Tage-Durchschnitt deutlich abwärtsgerichtet sind. Und ja, diese müssen erst mal zurückerobert werden. Perspektivisch liegt noch ein Stück weit entfernt. Aber es ist ja ein positives Zeichen, dass die Aktie sich jetzt von den Jahrestiefs hier erst einmal erholt hat. Ja, und das kommt natürlich auch darauf an, wie spendabel die Konsumenten sind. Wir hatten ja die Einkaufsmanager-Zusammenfassung oder jetzt komme ich nicht auf das Wort Einzelhandelsumsätze. Das war das richtige Wort. Gestern gesehen, die waren auch schwächer als die Erwartungen. Nächste Woche kommt eine Walmart und eine Home Depot. Vielleicht können wir uns eine oder zwei von den Aktien auch noch anschauen vor den Earnings. Ja, gerne. Die Walmart hier als erstes. Die ist stark gelaufen, auch bisher in diesem Jahr. Nachdem sie Ende des letzten Jahres hier doch eine gewisse Schwäche gezeigt hat, kam sie zurück, konnte hier auch wichtige Niveaus zurückerobern. Zunächst diesen Bereich von ca. 160 Dollar. Und jetzt hat man auch die Vorjahreshochs hier geknackt im Verlauf dieser Woche. Hochs ausgebildet über 170 Dollar und kann sich sehr, sehr gut halten, auch hier in diesem Bereich, also die Stärke ganz klar zurück hier auch in der Walmart. Und da muss man schauen, wie die Aktie nach den Zahlen reagiert. Die gleitenden Durchschnitte noch relativ neutral gerichtet, aber der 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch auf jeden Fall eine positive Tendenz. Der 100-Tage-Durchschnitt könnte da in den kommenden Tagen auch nachziehen. Von daher, vielleicht kann die Aktie nach der Verschnaufpause auch diesen schönen langfristigen Aufwärtstrend hier wieder aufnehmen. Und die Walmart-Stores hatten wir jetzt, der Home-Depot, auch ein Dow Jones-Wert, ebenfalls in der nächsten Woche mit Zahlen am Dienstag, möchte ich meinen. Da sieht es eigentlich auch so aus, als ob er sie weiter nach oben springen könnte. Genau, die Aktie ist in diesem Ausgebrochen, auch über diese Vorjahreshochs hier, also über diesen Bereich von ca. 344 bis 346 Dollar, hat diesen Bereich dann nochmal von oben getestet und dann hier auch neue Hochs ausgebildet. Also die Aktie sieht aktuell auch sehr trendstark aus und da muss man schauen, ob hier nach den Zahlen entsprechend auch neue Hochs ausgebildet werden können oder ob die Aktie vielleicht nochmal dieses Ausbrustniveau hier auch testet und dann vielleicht sogar hier potenziell eine Einstiegsgelegenheit bietet. Damit würde ich sagen, hatten wir einen schönen Rundumschlag wieder und vor allem ganz viele Aktien in der Kurzsicht hier mit dabei und können nochmal gemeinsam ein schönes Wochenende wünschen. Freunden uns auf Montag, da dann zum interaktiven Zoom-Webinar, wo auch die Fragen gestellt werden dürfen. Ja, sehr gerne, dann schon mal anmelden und am Montag hier auch Aktienwünsche mit einbringen in das Format und da wünsche ich Ihnen auch allen ein schönes Wochenende und bis am Montag. Ciao, ciao. Danke, ciao.